Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play von Let's Play SCP-087-B. Es ist ein Horrorspiel, ach keine Ahnung. Ich lege einfach mal los. Es gibt kein Ziel in diesem Spiel. Kein mögliches. Und man muss einfach nur lange überleben. Oder runterlaufen. So, da ist schon so, oh, Wind. Wind, Wind ist nicht gut. Das ist ein Loch. Was war das? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Da ist ein Lichter. Ich bin schon bei der drei. Schon bei der drei. Kann doch nicht so früh sein. Also ich hab da schon mal gespielt und da hatte ich keine geringere Angst als sie jetzt. Naja. Okay, vier. Vier hab ich. Vier hab ich. Okay, da beginnt der Loop nochmal neu. Der Loop von der Musik. Okay. 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 Fünf. Wie fünf. Wie fünf. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Scheiße. Okay. Da. Reden nicht immer rein. Die sechs. Wir sind beide sechs. Oh Gott. Oh Gott. Das kann ja nicht weitergehen. Okay nächste Kurve. Nächste Kurve. Okay. Die sieben. Ich hab die sieben. Ich bin bei der sieben. Das... Was? Was ist das denn jetzt? Okay, es geht weiter runter. Ich geh einfach weiter runter. Ich tue halt, ich höre hier gar nix. Die achte hier ist wieder ein Geländer. Ein Geländer ist gut. Ein Geländer ist gut. Da ist nix. Okay, da geht's weiter. Da geht's weiter. Da geht's weiter. Da ist ein Loch. Da kann ich jetzt rein. In die Ecke. Runter. Aha. Okay. 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 Neun. Neun. Okay. Wieso sehe ich auch so wenig? Können die nicht das Licht anmachen? Dann haben die die Stromrechnung nicht bezahlt. Okay. Zehn. Zehn. Zehn ist gut. Zehn ist gut. Was ist das? Was ist das für ein Atmen? Was ist das für ein Atmen? Scheiße. Scheiße. Nein. Ich kann nicht weitergehen dieses Atmen, ne. Scheiße. 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 Okay. Da ist nichts. Da ist nichts. Das ist nichts. Das Atmen ist weg. Das Atmen ist weg. Okay, das ist gut. Die ist die Elf. Die ist die Elf. okay 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 das war nichts das war nichts das war nicht so schlimm das war alles nicht so schlimm die zwölf da ist die zwölf zwölf ist gut zwölf ist positiv was war das was ist das was wird das scheiße 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 das ist die 13 nein scheiße 13 so ist unglück 13 ist die unglückzahl scheiße weiter 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 ok 14 14 ist gut da kann nichts passieren 14 ist gut jetzt ist gut jetzt ist gut jetzt ist gut jetzt ist gut 15 15 ist auch gut okay okay das war nichts das war nichts dass wir doch nichts okay okay hier kommt nichts scheiße schon wieder so ein geräusch ich kann mich nicht wirklich bewegen oder es keine ahnung 16 16 nach die scheiße es wird immer tiefer hier okay okay das war nichts das war noch nichts das war noch nichts das war noch nichts das war noch nichts okay das ist weg ist es ist einfach weg es ist weg ich ich glaube einfach weiter das war nichts das war nichts das war nichts meine hände meine arme alles die 17 ist gut das ist gut hier ist nichts was wir dann doch noch das ist nicht gut lächer sind die gut egal welches loch es ist nicht loches loch 18 18 scheiße 18 ich bin 18 aber 18 ist nicht gut ja okay oh gott oh gott oh gott oh gott ach die scheiße 19 das macht ihr scheiße warum 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 okay 19 19 19 ich kann nicht weiterlaufen 20 20 geländer gut geländer ist gut geländer ist gut geländer ist gut okay 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 ich gehe da rein ecke ist auch gut es geht runter es geht runter ist nicht gut ich weiß es geht weiter runter 21 hat die scheiße 21 ist die her 242 das ist gut 2 40 ist immer gut ich weiß nicht gut es geht weiter heute wird es geht weiter weiter 22 22 AX225 Nein, 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 das... Ah! 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 Es ist jetzt los! Ah! 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 Scheiße! Ah! 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 Oh, Gottes Willen, Scheiße! Oh, warte, meine Güte! Oh, Gottes Willen! Ach, die Scheiße! Ach, die Scheiße! Ach, die Scheiße! Ach, die Scheiße! Oh, Gottes Willen! Warum? 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 Ach, die Scheiße, die Scheiße, die Scheiße! Ach, die Güte! Okay. Das war... Das war Part 1 von Let's Play SCP-087-B. Ja, ich... Ich hoffe, ich kann das irgendwann noch mal spielen. Dieses Spiel ist so ein Horror. So ein richtiger Horror ist dieses Spiel. Naja, ich... Wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Dann, tschüss!